Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gebet in Zeiten der Corona-Krise. Allmächtiger, ewiger Gott, von dir erhalten alle Geschöpfe Kraft, Sein und Leben. Zu dir kommen wir, um deine Barmherzigkeit anzurufen. Da wir durch die Erfahrung der Corona-Pandemie, die uns herausfordert und ängstigt, mehr denn je die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz erfahren. Dir vertrauen wir die Kranken und alten Menschen an. Sei du bei ihnen und ihren Familien, wenn sie sich einsam und verlassen fühlen. Hilf allen Gliedern der Gesellschaft, Verantwortung zu übernehmen und untereinander solidarisch zu sein. Stärke alle, die im Dienst an den Kranken bis an ihre Grenzen gehen. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, die mit uns auch in schweren Zeiten auf dem Weg ist, bitten wir dich, segne mit der Fühle deiner Gaben die Menschheitsfamilie. Halte fern von uns allen Unfrieden und schenke uns festen Glauben an deine liebende Nähe. Befreie uns von der Krankheit, die unser Leben so stark beeinträchtigt und bedroht. Auf dich vertrauen wir und dich loben wir, der du mit deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, in Einheit mit dem Heiligen Geist lebst und Herr bist in Zeit und Ewigkeit. Amen. Maria, Heil der Kranken, bitte für uns. Jesus Christus, in Einheit mit dem Heiligen Geist, Jesus Christus, in Einheit mit dem Heiligen Geist, Jesus Christus, in Einheit mit dem Heiligen Geist, Jesus Christus, in Einheit mit dem Heiligen Geist. gegen Himself im Heiligen Geist, in Einheit mit dem Heiligen Geist, Segen ihnen täglich gebt. Deine Mutter Ende, breit auf alle Haus. Segne alle Herzen, segne die des Sons. Segne alle Herzen, segne die des Sons.